Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal CenoGaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Heute sind wir wieder Manager, oder als Manager unterwegs. Ich drücke hier auch mal direkt auf Spieltag. Wir spielen nämlich gegen Napoli FC. Ja, und unser Team sieht nicht gut aus, ist nicht so ausgeruht, aber das schaffen die schon. Und wenn sie es nicht schaffen, dann gibt es eins aus dem Mund. Fällt gerade auf, ich habe wieder diese scheiß Montatorstimme nicht ausgemacht. Quatsch, dann mache ich tatsächlich einmal Einstellungen. Lass mal ein Bild mit euch, weil ihr einfach mal auch dabei sein könnt. So, die Audio für Kommentar. Machen wir aus, weil die geht mir auf dem Sack. So. So. Okay, perfekt. Jetzt gehen wir auf Spiel fortsetzen. Und es geht los. Wir haben sogar Anschluss, das ist ganz geil. Boah, das ist mir schon in die Beine reingert. Hallo. Dieser blöde blaue Schlumpf. Die sehen wirklich aus wie Schlümpfe. Ja klar, Junge, hältst du diesen scheiß Ball. Hätte ich mal geschossen. Nein, jetzt schon Tor, aber egal. Passt schon. Okay. Mann. Boah, ich hätte den fast. Den hätte ich auch fast. Ich komme mir gerade viel zu nah und ich bin auch zu blöd, hier irgendwie aufzuhalten. Ah, jetzt. Boah, Junge, wie schlecht bist denn du? Okay. Wir sind in der 18 Minute. Es ist noch alles gut. Boah. Das war ein guter Schuss von denen. Man hört auch die Geschreie. Jetzt hängt sie wieder rum. Man kennt's. Gut gehalten, Torwart. Respekt. Pödel für dich. Oh. Boah, Junge, dieser Torwart, Alter, der ist ja maximal. Also der Torwart, der kriegt einen Ohren von mir. Boah, das war knapp. Fass uns aus. Komm, ich muss doch jetzt wenigstens ein Tor schaffen in dieser scheiß ersten Halbzeit. Ja. Ist das erste Tor für den FC Stando. Okay. Achso, wir sind immer noch in diesem American Club. Warum muss ich jetzt schon jemanden auswechseln, Alter? Er ist in der zweiten Halbzeit. Ne, man kann ja siebenmal wechseln in diesem Cup hier. Hätte ich mal machen sollen. Ja, sorry, dass du jetzt pfeifen musst, aber... Guck mal, die sind sogar zu feige und müssen jetzt noch so ein Freistoß schießen. Komm, wamanos. Hoppala. Wie das Tor. Also so schießt man kein Tor. Wie das Tor. so so der Effekt erpfeift warum blockiert er mich so boah das war knapp ich wechsel jetzt erstmal den Schäfer ein der Scharf kommt jetzt hier rein so gut ausgetrickst man warum ist da so ein blauer Schlumpf schon wieder ein Weg gewesen ok die kommen schon wieder näher nein boah der ist jetzt frei da oben boah jetzt ist er doch nicht frei oh das war ein Foul ja ewig zu ok ok jetzt einfach nach vorne bam zwei Tore für den FC Sandow ja das ist doch schon mal gut gutes Tor ich bringe uns jetzt aber nicht die Wiederholung an der Schäfer hat es geschossen ich weiß gerade gar nicht ob das Neuzugänge sind also ob die Spieler neu sind oder schon etwas älter ich habe das ja mit euch im ersten Video ausgewählt aber ich habe es einfach vergessen ok so 80. Minute sind wir jetzt oh das war ein kompletter Fehler boah danke Torwart das war ja ein kompletter Fehler von mir ach ja ist der Torwart schon hier vor 0 komm schieß ok das war auch wieder eine schwere Angelegenheit ich wollte nicht da unten schießen alter ok wir haben noch eine Chance ja ah bam alter drei Tore Junge drei Tore das ist schon geil das ist schon geil jetzt haben wir drei Tore und auch die Halbzeit ist rum das heißt er pfeift jetzt eigentlich ab ja wir haben gewonnen Leute drei Tore in diesem Spiel das lässt sich sehen so wir machen hier direkt weiter Real Madrid 3 ja und Jus Sonsten irgendwas wie auch immer ich kann dir da nicht aussprechen sorry ich habe Frankreich was ich habe Frankreich meine Suche in Frankreich nähert sich dem Ende ok wollte halt auch irgendwie ich habe Deutschland achso die Suche neigen sich jetzt ja alle ins Ende ne ich wollte noch nicht spielen Tabelle wir sind wir haben sechs Punkte ok wir müssen jetzt das Spiel gegen Milan gewinnen sonst könnte es schwierig werden oh die haben sich jetzt ein bisschen erholt zum Glück ich glaube ich muss die Taktik machen also die die Trainingseinheiten ein bisschen umändern für die aber das sehen wir so wir haben natürlich wie immer hier wieder Anstoß komm schieß ok spielt sich schon mal komplett anders ich glaube die sind leichter zu schlagen ok doch nicht ich glaube die sind aber nicht so schnell wie die wie die Schlümpfe da so man rennt doch einfach weiter Junge jetzt schießt er den sogar ins Fuß das ist ja komplett kacke grad ok so ok die sind doch schon schnell sind glaube ich schnell so wie wir als gleich schnell das war ein kacke pass sag mal ah es hat geruckelt ich hab nicht gesehen ey Junge es ist hier wirklich ein Kampf ohne den Ball gerade oh der ist schnell hat aber verkackt ok wir müssen jetzt mal die Taktik eher umändern so erstmal um ihn kreisen so schieß Mist so ja das ist schon mal gut gewesen ok so das war viel zu kacke das wäre ein gommelder Schmutzfall oder warum? nein 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 kann man nur so ein scheiß Torwart sein ne ich wechsle den aus was so oh boah bam alter direkt Ausgleich 1 1 1 1 das ist geil boah wir haben ein wir haben ein Ausgleich noch in der Halbzeit geschafft das ist schon mal das schmeckt das ist ok ist lang Geil, zwei Zweitlaufen Wir fühlen gerade Das ist schon mal gut Aua Äh, wo soll der Ball hingehen? Boah Ich bin ja zweimal gerettet, den Ball Komm, Alter, jetzt aber nicht Drei Tore 3-1 gegen Milan Ich glaube, das ist auch das letzte Gruppenspiel Glaub ich zumindest Ups Okay, so Ah, ich hätte unten hinfahrzen sollen, glaube ich War egal, es war gut War gut, war gut Oh, warum schieße ich denn nicht? Hätte das vierte Tor sein können War okay Hier am Einwurf Gut Wir haben den Ball wieder Und da ist das Vierte Tor Das vierte Tor Geil Wir haben jetzt vier Tore Das schmeckt Tchön Tchön Okay. Boah, das ist ja hier ein Chaos, gerade das Spiel. Okay, 4 zu 1. Eigentlich haben wir schon gewonnen, oder? Also in 5 Minuten schießen die jetzt keinen 3-Touren. So. Das war ein Foul. Ist das rot oder ist das gelb? Oh, es ist rot. Hernandez, tschüss, Alter. Er hat aber auch nur reingedings. Ihr wisst, was ich mit gedings meine. Boah, schon wieder. Mist, der Torwart, Alter. Okay, wir haben, glaube ich, noch eine Chance. Naja, einmal können wir jetzt hier noch einschießen. Und das ist die letzte Aktion vom Spiel. Und das war die letzte Aktion vom Spiel. Ja. Leute, wir haben das Spiel erfolgreich gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt, auf welchem Platz? Auf Platz, Tabelle. Gar nichts, weil es geht jetzt schon mit dem Supercup weiter. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Liber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab und drum auf den Tag. Haut rein und euer Snow. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.